hey meine luigi freunde ich bin wieder da und heute nehme ich mal am pc auf aber diesmal lasse ich hier den ton an weil ihr euch da gewünscht habe dass ich am handy halt am pc wieder aufnehmen soll und wir greifen mal an weil jetzt vier fahrer sternbonus geht und ich hatte noch keine möglichkeiten um anzugreifen also am besten so einen gegner der wo schön einfach ist ja das sind meine farben trocken und ja also ich weiss nicht auf dem ich wird aber ich würde mich einfach anzugreifen und nicht zu reden und ich hoffe ich weiß dass ich ja auch wenn ich mich nicht nicht ja 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 So, jetzt weißt du, eine wollte ich, das Tunk, das wollte ich auch. Perfekter Angriff, so, perfekte Gegner, keins Lacher im Durchzeige. Oh, nein! Oh, nein! Oh, das ist sie, sind zwei Sterne. Ja. Jawohl, jetzt sind die zwei Sterne safe, aber drei Sterne sind rein und nicht möglich. Aber macht ja auch nichts zu Hause. Eigentlich, nein, es wird abbrechen, weil ich hab ja eigentlich nur zwei Sterne. Zwei Sterne, das wollte ich haben, ähm, fast eine Million. Hab am einen Tag, hab ich den Fehler gemacht, hab ich mit Alexia eine Mauer verbessert. Hätte ich das nicht gemacht, hab ich jetzt schon drei Millionen Alexia. Und dann hätte ich die fünf Millionen. Das ist jetzt noch eine Million und morgen. Und dann hätte ich den Blitz hier auf Level 6 machen können. Aber, bin ein kleiner Dummkopf und denk ja nicht nach und nach. Einfach einfach die Mauer und, ja. Also, das ist jetzt mein kleines Dorf. Base halt ich schon, aber ein bisschen umgeändert, weil ich jetzt auch meist mit der Level 6 bin. Und jetzt greif ich es an und werden wir mal schauen, wie wir es hinbekommen. Okay, komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Geh die Party ab! Oh, jawoll! Kampfmaschine! Ich hasse die Kampfmaschine. Wenn man das nicht will, was man nicht bekommt, das ist ärgerlich. Mit einem Stern mit Haubechen eng. Wo soll ich noch angreifen? Rechts, links. Eine Ahnung. Ah. Wer ist eigentlich hier dieser Zuschauer da? Einiges auch. Links. Komm. 42%. Da ist es der Gegner. Vielleicht haben wir Glück. Naja. Diesmal hat mir Pech gehabt. So, ah, so, genau. Ich hatte am Handy aufgenommen, aber es hat nicht gespeichert, weil ich keinen Speicherplatz hatte. Also, hier, ähm, gestern habe ich diese Kämpfe gemacht. Hier, ein, zwei, drei Kämpfe. Ähm, ich glaube, diesen Kampf war, dieser Kampf war, glaube ich, sehr interessant. Also, den Kampf, den und den habe ich gestern gemacht. Und, ja. Also, diesen Kampf ist sehr interessant. Den wollte ich euch einfach präsentieren. Da oben sind wir sehr schön. Man kann auch ran zoomen. Ich bin mit der Rete-Papa reingegangen. Oh, nein. So. Äh, eingelaufen. Äh, die lehnte Barbarin geplatzt gemacht. Da kommt die nebenliegende Kampfmaschine. Ich bin mit der Öberchnung user alt. Ja, das ist sehr hart. Das war's für heute. Das war's für heute. Also, insgesamt habe ich sechs mal die kampfmaschinen aktiviert ja also ein bisschen auch titel sechs mal kampfmaschine aktiviert und irgendwie so maschine ist abgegangen wurde die doppelkanone hätten wir doch den zerschmetterer bekommen und eigentlich 100 prozent wer die schon tot aber einmal ausprobieren egal so ein bisschen unfall ist weg wegspot gekommen kampfmaschine 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 also irgendwie habe ich nicht als wir heute habe ich irgendwie pech mit dem angreifen ja ärgerlich genau nach innen auf nach innen ich hasse wenn die kampfmaschine nicht das wird was man das ist ärgerlich wenigstens ein stern genau so ist die teilen oh man jay erster kampf gewonnen geil erster kampf gewonnen von drei wars ja genau erster kampf zweiter kampf dritter kampf also wir schauen jetzt mal einen kampf an wieso die leute meine base angegriffen haben habe ich jetzt bist du umgeändert ja weil die eifersprung schauen wir uns ganz ein bisschen umgeändert aber ja sind trotzdem gleich so schau also keiner bekommt das dunkles deswegen habe ich immer trache und ballon drinnen weil die waren immer die klaren burg drum kaputt sowie den kampf ja 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 also in diesem kampf habt ihr gesehen dass meine base eigentlich sehr gut ist naja ich auch recht bitte keine ballon und ich gebe einfach jetzt juwelen aus kein bock mehr noch mal vierzehn und ich gebe einfach jetzt juwelen aus kein bock mehr noch mal vierzehn minuten zu warten ähm hallo lieber gegner so zack 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 ich habe mich wieder rausglocken ja 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 da ja Weg, scheiß Fliege, boah, witzig Du bist nicht da rein, fahrst du Woowww Geh dir nein, witzig 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 Das war's für heute. na gut das war der kampf habe aufgegeben totes hauptsache zwei sterne ich hätte gelacht wenn wir keine zwei sterne hinbekommen hätten also es tut mir leid dass das video zu lang geworden ist drei angriffe im großen dorf drei angriffe im kleinen dorf und gute nacht bis in sieben tagen also wenn euch das video etwas längeres video gefallen hat würde mich sehr freuen wenn ihr den like da lässt und am besten tipps in den kommentare mit welchen mit welchen drum ihr so im kleine dorf angreift und ja ich lasse jetzt die ganze zeit den ton an weil ich glaube ich getestet habe das ist trotzdem passt und ja dann sage ich schau meine luigi freunde bis zum nächsten mal tschüss tschüss